hallo zusammen da sind wir wieder in der expedition hier stufe 4 15 ist es jetzt egal wo ich da jetzt auch vor oder warum ist das jetzt das ist was minut 4 konnte ich nicht vorbereiten weil das ziemlich nah am sturm das muss man es könnte ich vorbereiten da konnte ich noch gar nichts machen in den namen es könnte ich vorbereitet im marschland höher und die gebirgstation das geht nicht weil da geht es auf zeit da müsste man schon bei erst durch das ist die trennlinie da ihr braucht man kann man noch normal irgendwie was weiß ich moment gebirgstation hat doch guck mal die gegner und beutestufe 35 können dann daran erstellen und das wird dann du scheiße episch jetzt ist nicht nur vier gibt es desto immer so weiter das ach so war das sind es ist aber das ist silber und das ist gold was ist das ist 14 minuten dann gibt es das ach so und dann wenn du 21 minuten brauchst gibt es das es ist gold es ist gold das ist silber das ist bronze und das werden dann 35 und selten also episch 35 prozent 14 minuten 40 ich tue das mal probieren also jetzt aufnehmen weil nämlich aufnehmen oder ja und man muss sehen was da jetzt passiert ich bin noch auf welter stufe 11 die kapseln einsammeln die runtergekommen sind ich habe eine davon entdeckt aber ihre position wird ihnen nicht gefallen ganz in der nähe des berggipfels und wer weiß was da oben sonst noch ist mit etwas glück kannst du sie vor den rebellen erreichen läuft die zeit schon oder wie wie ist es jetzt es ist es ist es ach so da oben startet die expedition wird es mit der waffe ausprobieren dann ist die schützen wenn es auf zeit geht naja sträume die rotte räume die grotte frei anscheinend hat dann papier ist ja nichts mehr freundlich geht aber muss ich ja alle bist du besoffen warte mal ich muss dann ich muss erstmal du musst dich erstmal orientieren der haupten der typ jetzt so auf zeit machen nicht so gerne da fühle ich mich immer so unter druck gesetzt musste noch mal einer sein ich bin falsch scheinbar konnte sein wie soll ich in dessen achte eine was der übe ach du scheiße ich muss hier erstmal sauber machen dass ich dann lieber kommt und der konnte über rüber schießen hat er lebt ja schon gar nicht mehr hätte mal luft durch braucht drei jetzt hätte ich aber so machen genau die sache ja warte ich muss darauf hat doch mal arbeitet bitte noch irgendwelche oder weil ich jetzt nicht durchs tor braucht du scheiße ja wenn dich aber nicht auskennt ob du da aber wir gehen deswegen komisch in der nie war oben rum oder oben rum konnte sei ich musste oben rum verpiss dich hör auf darüber zu schießen trottel gesicht der hock der übe ich konnte nie war warte mal moment das mache ich gleich rennt so schnell ist ich konnte nicht lieber auto weg hier freunde geht aus dem weg ich habe gelust mich mit euch so jetzt auseinander zu setzen muss denn aller eier kopp du eben weg bloße und warte mal den mache ich kaput und da ist noch einer irgendwo ach komm freunde das gibt es doch nicht wie viel hocken denn doof und eine voll drottel ich muss irgendwie vorbei das war nix jetzt was weg ja natürlich geteckung der hockt die überall in ihrer näher nicht da die pies kipp noch einmal langsam machen wir erst mal die durch hab schon wieder die falsch wacht werden rutschen die immer aus dürfen denn auch das motto ist das ding ok das wird ein bisschen schade gemacht war nicht schlecht oder hau da will der oben o der deb muss aber noch mal in der feuer und bewegung bleibe hat langsam langsam ist noch irgendwo muss einer rumhucke irgendwo muss einer feuer irgendwo und da ist es nicht eigentlich erreicht das was macht denn der jetzt wenn du was wir halten immer mehr aus so die trottel das macht mich nervös mit dem zeig wenn du dann ist gut warte mal warte mal warte mal warte mal jetzt kommen wir ok herrhoff eierkopf lädt sich nicht an euch sammeln gibt es was um euch sammeln dann sammeln sie euch ich muss da außen rum scheinbar kommt das soll irgendeiner noch hinahme außer muss ich nicht sehen ok ok ich habe noch zeit ein bisschen das brennt aber ewig der dreck her da ist nichts mehr da ist auch keine gefahr mehr warte mal moment ok das war nicht so verkehrt bis jetzt erlebt da noch der ochs wird die schießen als noch gibt es das ach da hinten ist auch noch einer wo schießt auch noch eine pistole dabei oder sowas warte 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 der haut auch noch schusswaffe langsam hopp langsam guck da mal den noch wo der guckt den ich sehe ja ich habe den ich sehe das ist ein bisschen unübersichtlich hier konnte es soll fläger druckgumme wieder so hoch grenadier grenadier ne hinter dir der ist weg vom fenster wer ist denn das captain america nö ok hat er was dabei der hat gar nichts hier gibt es gar nichts achso außer munition gibt es nichts außer munition gibt es nichts wo muss ich denn jetzt hin wo muss ich hin das muss doch nicht das kann doch nicht so einfach sein so schwer sein warte mal da ist doch ein symbol ob wir haben noch zeit nehmen wir haben keine zeit mehr weißt du ich weiß nicht wo ich hin muss so muss ich hin aber schon bin ich hier falsch mach du scheiße ach du ach du der generator ausschmeißen ach du scheiße hä der der aber hier der 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 dahin wieso man diesen da kommt noch einer konnte so einer ich konnte nicht ich bin noch gut in der zeit ich habe sechs minuten gebraucht schon du kannst nicht immer nur umgucken ich bin noch gar nicht durch ich bin noch gar nicht durch ich bin noch gar nicht durch wie lange darf ich brauchen drei minuten oh Harald so warte mal wo muss ich nicht aber ich habe noch muss ich die jetzt töten oder was Okay, Alalalalalalala, Langsam. Geht weg. Giftnickle da. Okay, 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 langsam, bleib stehe. Ich lad noch, bleib im Moment stehe. Noch einer? Ah, da ist noch. Wo kommt er noch? Ach Gott. Den habe ich gerade gewartet. Wehe ist die gar noch. Du Scheiße, ja. Ah, eh war schon so. So wie das aussieht. Komm her, Freunde, was ist denn jetzt? Drei Stück? Wow. Drei, ne? Wenn ich richtig gezählt habe. Einer. Ja, klar, verfug mich, schluss an der Säule. Ach, komm, Fick. Ach, komm her. War zu weit, ne? Gibt's das, ja? Meine Fresse, ja. Acht Minuten. So, dann muss ich mit dem Griecher aus dem Weg. Dahin ist die Kiste. Er misst mir aber, das ist zart. Was ist das? Da brauchen wir nichts äußern. Da kann man sich nicht umgucken. Ich bin eh schon über der Zeit, oder? Ne, halten wir das in den Park. Weg, Jungs. Hallo, ich hab gesagt, weg. Da ist ja der Gipfel. Kommt noch einer. Ist ja das der Gipfel? Ich weiß es gar nicht. Muss grad gucken. Brutmutter, das ist schlecht. Ganz schlecht, Freunde. Nicht auf bloße. Kann ich jetzt nicht vertragen, habe ich gehört. So. Moment, die Rotzer sind wieder da. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht verwischt. Den Hammer. Geht's eigentlich noch gut. So viel, wie das ja irgendwas. Ach. Ein Flieger. Ich muss da auch mal aufhören, oder, ne? Blödes Arschlo. Lebt er noch? Ne mehr, jetzt nicht mehr. Bist du nur ganz gepackert, oder was? Nehmen wir mal mehr, ja? Ach, du Scheiße, was will er, ja? Noch einer, so einen Krieger, oder was ist es? Da ist weh, komm. Den do, runa, hola! Der sind zwei, konnte soll. Muss ja treffen, alter. Wer denn da haben wir? Wer denn da haben wir? Wer denn da haben wir? Holen runter! Wir haben, oh, okay. Glück hat. Gift ringer da, ja. Schnell! Hopp, schnell! Ach, da bleibt's halt auch an dem Ding stehen und guckt sich da oben, ja. Ach, komm, Freunde, schau mal, das wäre die London-Kapsel. Hopp, drück drauf. Die läuft nicht, ja, die läuft einfach nicht. Munition. Wo, wo? Wo ist die Kapsel? Wo? Ach, da ist sie, doch. Achtung. Achtung, die erste Kapsel. Die erste, die erste. Sammeln's ein. Au. Hab ich mal gedacht. Dass das nicht so einfach ist. Bin denn das verwelte, überhaupt? Scheiße, ja. Okay, dann hit, ruf. Der Vogelarmar. Oh, 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 das darf schon mal leben machen. Wo ist der, oder? Der lebt, der fliegt noch rum. Oh. 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 Noch einer. Ach du Scheiße, das ist voll das Gebiet. Okay, da brennt's irgendwo. Also, der Blick ist gar nicht durch, muss ich ehrlich sagen. Da muss noch einer irgendwo sein. Irgendwo ist da was, wo mich stört bei der Konzentration. Ach du hin, ne? Also, ich geh mal hin, ob er noch normal ist. Plumpen, pumpen, blöll, blöll, fall, äh, falle, bläue. Scheiße, Freunde, das war scheiße. Warte mal. Ach du scheiße. Biss. Hättest nicht auf? Ah, bleib locker. Bauen wir nie. Oh oh. Hier wird die Kabellerei, kommt noch drauf. Los, noch einer. Gummeln die alle her. Ich weiß gar nicht, gibt's nicht. Vogel ist hier, Achtung. Fliegt wieder. Weg hier. Mit der Neufalle. Okay. Das war aber nicht in der Zeit, glaube ich. Wenn das jetzt der Balken war, bin ich drüber. Zählt das jetzt weiter, du? Ach du scheiße, das ist doch gar nicht fertig. Ich dachte, das wäre fertig. Ich dachte, das wäre fertig. Wer ist denn das jetzt? Das ist natürlich auch nicht der Leiter, Rüdiger. Gnadenloser Gegner? Super. Die liebe ich, die Gnadelose. Wer kehrt, du Gnadeloser? Warte mal, die andere beobachten, das kommen sie, das ist mir recht. Ich fahre ein bisschen Gnadelose. Nicht nur Nachlade, irgendwie. Das wäre nicht mal mehr, ja, vorhin. Ist noch irgendwo, muss einer rumtouren, ne? Boah, siehst du aus, aber, ja. Anscheinend sind die Rebellen bei ihrer Suche nach der Kapsel auf Monster gestoßen. Sie haben den Weg blockiert und die Kreaturen eingeschlossen. Darum haben die Rebellen dort ihr Lager aufgeschlagen. Aber was für Zwecken sie? Wollten wohl warten, bis die sich vor Hunger gegenseitig fressen. Gut, die Kapsel wäre gesichert. Gute Arbeit. Und danke, dass du diese Monsterplage beseitigt hast. Jetzt kann ich so circa sieben Minuten lang aufatmen. Ja, das ist doppeltes. Habe ich nicht. Okay, da ist die Kapsel. Nur noch draufkomme. Danke. Hilfbar war das. Hilfbar war das. Aber, aber. Aber, aber. Scheiße, das geht so schnell, das kriege ich gar nicht mit. Aber ein legendärer. Es war ein, glaube ich, Una Hose oder was legendärer, wie das soll. Freunde, ich muss mal gucken. Aber wie gesagt, wenn man, wenn das jetzt, also wenn das jetzt immer so ist, wie es jetzt ist, dann kann man sich da drauf einstellen, denke ich. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch Kiste gibt. Nein. Nein. Aber wenn das, ähm, zufalls generiert ist, da ist eine Kiste da, ich glaube ich spinne. Wenn das zufalls generiert ist, da komme ich ja nicht hoch, oder? Ja, so, blinkt doch was, Mensch. Ist irgendwas, hat er geblinkt? Da blinkt was, eine Munitionskiste ist das. Ja. Hätte ich mir da die Munition holen können. Ja, also das ist schon, das, ich gucke gerade mal, ob ich da jetzt, was habe ich denn da gekriegt, ähm, unsere Begleitung, da, oh, Amigasa des Ronin, aha, ist halt Zielbahn, ne? Ja, gut, hab schon ein paar noch mehr gekriegt, aber ich weiß nicht was. Ja, du, das zeig, das brauche ich nicht. Bist du jetzt nicht verwahrt? Nö, da ist nichts. Dankengleichheit. Okay, okay, auf jeden Fall, ich hab's probiert, ne? Und, hab ich, äh, Ding hat gesagt, 41 Landekapsel, da haben wir schon. Wo haben wir die jetzt hergekommen? Okay. Okay, macht's gut, bis dennne. Wo haben wir die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh? Vielen Dank.